Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1, 2, 3, 4 Ich bin Rentner, ich heiße Ludger, mache meinen Beruf gerne, mit Nachnamen heiße ich Robert und arbeite bei Blumenrogee in Münster. Ich war früher selbstständig, hatte einen Blumengroßhandel und habe früher die Firma Roger beliefert mit Blumen. Und irgendwann habe ich mich dann in der Besitzerin des Blumenlands verknallt, wie das eben so heißt. Und ja, wir arbeiten aber nur noch zusammen und das klappt ganz gut. Und ich finde immer, wenn der Kunde mit einem guten Gewissen oder ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich einen Blumenstrauß mache und der Kunde freut sich und gibt einen dann Wochen später und sagt, Das paar hier Blumenstrauß, die sie gemacht haben, die hat so lange gehalten, das freut mich dann. Ich komme gemütlich aus Rheine. Ich heiße Robert, verkaufe gerne Rosen und arbeite bei Roger. Das sind ja schon vier oder fünf erst, wenn ich richtig gezählt habe. Oder? Ja. Und daher. Viele sagen, ich komme aus dem Norden. Ich war viel im Norden, war viel in Holland. Ja. Ja, ich bin Hanna. Ich bin hier die Nachbarin und habe letztes Jahr im Lockdown mir überlegt, dass ich hier meinen Instagram-Account ein bisschen übernehme und aufleben lasse. Ja, und so bin ich irgendwie hier reingekommen und bin jetzt fast täglich hier neben meinem Hauptjob und ja, genau. Ja, ich bin hier drin. And it's no surprise